Benni war mal Segelflieger und dachte sich, oh, ist das kompliziert. Ich nehme lieber ein Flugzeug mit dem Motor. Da muss man nicht so viel nachdenken. Am Anfang war es verlockend, den GPL zu machen. Einfach am Seil im Wind starten, wie ein Drachen. Nur später hab ich gemerkt, dass da noch mehr dazugehört. Und dass der Wind für'n Start gut ist, aber dann noch eher stört. Hab gemerkt, dass man beim Segel fliegen das Wetter lesen muss. Und wenn die Sonne weg ist, dann ist einfach Schluss. Hab gemerkt, dass man, um weite Strecken zu überwinden, taktisch denken muss und Thermik muss man erstmal finden. Ich sage nein, das ist mir alles viel zu schwer. Ich sage nein, darauf hab ich keine Lust mehr. Ich hab schon lange keine Lust mehr, auf den Thermikbeginn zu warten. Ich hab viel lieber Lust darauf, wenn ich das will, einfach zu starten. Ich hab schon lange damit aufgehört, unter Stress manchmal in Not. Außen zu landen, denn ich bin jetzt Motorflugpilot. Es gibt tausend schöne Dinge in der Natur zu sehen. Es gibt tausend schöne Wege, alle zu erspähen. Es gibt tausend schöne Arten, in die Luft zu kommen. Es gibt tausend schöne Wege, viele hab ich schon genommen. Zum Beispiel mit dem Ballon, aber nur bei wenig Wind. Mit dem Gleitschirm, nachdem wir auf den Berg geklettert sind. Mit dem Fallschirm, aber das ist ruckzuck vorbei. Oder mit dem Segelflugzeug geht, aber nur zu zweit. Ich sage nein, das ist mir alles viel zu schwer. Ich sage nein, darauf habe ich keine Lust mehr. Ich hab schon lange keine Lust mehr, von irgendwas abhängig zu sein. Wenn ich voran möchte oder höher will, schiebe ich einfach das Gas rein. Ich hab schon lange damit aufgehört, auf Kumulanten zu warten wie ein Idiot. Ich hab's jetzt einfacher, denn ich bin jetzt Motorflugpilot. Sag mal, hast du etwas Geld? Ich muss das Flugzeug schon wieder tanken. Sag mal, hast du etwas Geld? Die Landegebühr ist schon wieder so teuer geworden. Sag mal, hast du etwas Geld? Ach, einfach nur um den Platz fliegen ist langweilig. Sag mal, hast du etwas Geld? Die Wartung vom Busliebwerk ist nächsten Monat fällig. Ich hab schon lange keine Lust mehr, beim Fliegen nachzudenken. Ich nehm den Kurs aus meiner Strecken-App, dann muss ich nur noch lenken. Ich hab schon lange damit aufgehört, im Pult zu kreisen wie ein Idiot. Ich hab jetzt endlich meine Ruhe als bescheidener Motorflugpilot.